Ja, hier ist es Herrn Schmeier, Paragroach, Zungscoach und das ist mein Videoblog für Talkstriologe und so weiter über Liebe, Beziehung, Dating. Schaut mal in mein Kursprogramm rein, folgt mir auch genau auf Instagram, auf Twitter bin ich auch manchmal und TikTok ist noch so ein bisschen weisenknepplich, könnt ihr mir auch gerne folgen und es geht um Lügen heute. Lieber Christian, ich habe eine Frage bezüglich Lügen in toxischen Beziehungen. Ich habe es nämlich genau umgekehrt erlebt. Mein Partner hat mich der Lüge bezichtigt. Das kenne ich gut, das kenne ich gut, das habe ich auch schon erlebt. Ich hätte ihm Lego-Bausteine geklaut, was ich nicht getan habe und selbst wenn natürlich zugegeben hätte. Der Konflikt uferte total aus, er verstünde nicht, warum ich ihn belügen würde. Es wäre doch nichts dabei, ich könnte es doch zugeben. Ich frage mich, ob ich diese Variante oder diese Variante auch bekannt ist. Absolut. Und es könnte Projektion sein, auch projektive Identifikation, also Abwehrmechanismen. Also ich würde jetzt, hätte es früher nicht gedacht, heute aus meinen heutigen Erfahrungen würde ich denken, wenn ich so ein Partner hätte, würde ich denken, dass er lügt. Ja. Genauso wenn man illoyales Verhalten vorgeworfen bekommt und hat nichts davon gemacht, würde ich auch denken, ist der Partner illoyale. Also ich würde jetzt immer denken, dass derjenige das macht, der es einem vorwirft. Und das ist halt manchmal bequem, dass dann nicht selber dealen zu müssen, sondern auf dem Partner. Ist natürlich kein sehr hochwertiger Abwehrmechanismen, aber das gibt es halt. Und natürlich super kommunikativ, toxisch und wirklich absolut frustrierend. Und man würde es ja gern irgendwas zugeben, aber kannst nichts machen. Oder vielleicht ist es auch ein extrem misstrauischer Mensch und vielleicht ist er viel belogen worden. Aber dann, das machen wir ja gern immer, denn dieser Wiederholungszwang, der funktioniert halt auch nicht nur so, dass wir uns entsprechende Partner suchen, die vielleicht lügen, sondern auch wenn wir einen Partner haben, der nicht lügen, dass wir ihn so lange zurecht biegen, bis er in unseren kaputten Libyship passt. Das gibt es halt auch. Vor allen Dingen, wenn man so, kann es das geben bei so sehr emotional instabilen Partnern, aber nicht nur. Aber keine Basis für Beziehungen, sagen wir mal so. Ich kannte diese Art Konflikt natürlich bereits aus meiner Kindheit und es hat mich, okay, da hast du ja auch so eine Art Wiederholungsthema da. Und es hat mich damals sehr getriggert. Ich fand es und finde es auch heute noch eigentlich schlimmer, als belogen zu werden. Ja, guck dir deine Anziehungspunkte an, arbeite an deinem Liebesship, mach vielleicht die Frage in Kurse, wenn das ein größeres Thema ist, dass du dann, also es bringt ja nichts mehr, auf den Partner zu gucken, dass du diese Anziehungspunkte klärst. Ja, es gab keine Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Er glaubt mir einfach nicht, ja, kannst nichts machen. Ich dachte, ich werde langsam verrückt. Ja, es ist natürlich auch, wenn man so will, könnte man es auch als eine Art Gaslighting nennen, ne. Ja, also jetzt nicht bewusst unbedingt, aber ich finde diese Begriffe, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit Projektion und projektiver Identifikation, habe ich auch schon was so gemacht oder googelt es. Gerade keinen Nerv, das alles aufzudröseln. Dann guck dir das gerne mal an. Und ja, das ist sowas, dass man irgendwas, was man selber nicht dealen will, in den Partner reinsteckt, so, ne. Ähm, ich dachte, es wird langsam verrückt. Es wäre eine Ruhe gewesen, wenn ich es zugegeben hätte. Ja, da versucht er dich in sein Schema reinzupressen, ne. Obwohl ich jetzt nicht wahr. Nach dieser Geschichte gab es dann eine von minus die sieben Trennungen. Ja, On-Off-Beziehungen, nicht kompatibel, Tschüss, Sikowski. Macht euch das Leben nicht so schwer, Leute. Es gibt gute, einfache Ratschläge für, weil toxische Beziehungen oder auch und On-Off-Beziehungen sind halt total simpel. Laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Das ist wirklich, äh, die sind vorhersehbarer als eine Autobahn, irgendwie, ne. Also wirklich, das ist... Äh, die letzte war vor fast drei Jahren und dank der Hilfe erfolgreich. Schön, vielleicht magst du was dazu sagen. Danke für deine Klarheit. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ja, um nach dem M M M M M M Untertitelung des ZDF, 2020